Der Herr ist gut und seine Gnade, die endet niemals. Das ist sehr schön, wenn wir Gott anbeten. Mit unserer Stimme, mit unseren Händen, das ist etwas, dann sind wir selbst sehr aktiv. Denn Gott ist hier. Halleluja. Gepriesen sei der Herr. Ich würde euch gerne etwas zeigen. Und dann machen wir nochmal das Gleiche wie letzte Woche, eine Meditationsübung. Habt ihr das mal versucht zu Hause? Das ist sehr, sehr, sehr gut. Das ist etwas, was du dein Leben lang tun solltest. Nicht etwas, was du tust, weil der Pastor gesagt hat, tue das. Nein, das ist gut für dich. Du hast da keine Wahl. Meditation ist Teil unserer Systeme. Meditation, Nachdenken über Gottes Wort, sollte Teil unseres Systems sein. Wir sind nämlich dafür erschaffen worden. Ich hatte euch letztes Mal gesagt, dass jeder meditiert. Bewusst oder unbewusst. Du meditierst. Du meditierst. Du denkst über Dinge nach. Und auch über Dinge, wo du eigentlich gar nicht drüber nachdenken solltest. Und ich würde euch jetzt gerne etwas zeigen. Und dann machen wir dann weiter und übe nochmal die christliche Meditation. Denn das ist sehr, sehr wichtig. Ich bin ein erfahrener, ich bin schon viele Jahre Pastor. Und ich weiß, und ich kenne auch viele Christen. Die sind seit 30 Jahren Christen, aber keine Veränderung, keine Verwandlung. Sie haben noch immer die gleichen Probleme. Und das sind genau die, die auch die Menschen in der Welt haben. Und so sollte es nicht sein. Du bist das Licht. Du kannst verwandelt werden. Und das wirkt. Und ich hätte gerne, dass du gute Energie erlebst. Dass du Durchbrüche erlebst. Dass der Geist der Freude in dir regiert. Und das ist möglich. Halleluja. Und das kann nur Gott schaffen. Ärzte können das nicht für dich tun. Gepriesen sei der Herr. Und ich würde euch jetzt gerne einen Film zeigen. Und dann komme ich wieder. Und dann werden wir das zusammen nochmal versuchen. Wir werden nämlich das dieses Jahr oft machen. und haird Kent. Mmmh, dasняgthes Jahr in der spies dasbacks. Wir werden mit den statt eles zu sehen. D EHT CO sobie. Und dann werden wir das COICE. Sehr glücklich. Sehr glücklich. Der Herr. Der Herrminister. I Gott. Der Herr und werden wie sagst. Der Herr, der Herr, zu diesem Mutond. Ich schliess. Amen. Amen. Gepriesen sei der Herr, ich habe euch was gezeigt, damit ihr lernt, wie Menschen leidenschaftlich beten. Das ist in Brasilien, aber für normale Deutsche, wenn sie solche Bilder sehen, können sie gar nichts damit anfangen. Aber die Menschen beten ihr Herz heraus. Du siehst, Gebet ist sehr, sehr wichtig. Kein religiöses Gebet, dass du nur mit deinen Lippen etwas wiederholst. Das, was du sagst, das glaubst du dann selber nicht. Und du denkst, Gott wird das hören. So funktioniert das nicht. Gebet muss herzerfüllt sein. Herz-zu-Herz-Kommunikation. Und wir müssen für unser Land beten. Wir tun das. Wir beten für Menschen. Und wir sehen Veränderungen. Wir beten für Kranke. Wir beten immer. Du weißt nicht, was es bedeutet, wenn die Kinder Gottes beten. Dann geschieht etwas. Es gibt Dinge, die werden sich nicht verändern, wenn ihr nicht betet. Die werden sich nicht verändern. Es gibt Menschen, die hätten noch nicht sterben sollen, aber sie sterben, weil niemand für sie gebetet hat. Viele Unfälle passieren auf der Straße, keiner ist da, der betet. Du glaubst es vielleicht nicht, aber das Leben ist geistlich. Und deswegen habe ich euch dieses Bildmaterial gezeigt, um euch zu zeigen, wie Menschen beten. Nicht, wenn du plötzlich ein Problem hast, und du sagst, bitte, bitte, lieber Gott, hilf mir, bitte, bitte. Das ist kein Gebet. Das ist kein Gebet. Lass uns jetzt anfangen mit unserer Meditationsübung, anfangen nachzusinnen. Und das müssen wir sehr, sehr oft tun. Wenn wir umziehen in unser neues Gebäude, manchmal musst du dir dann auch was Bequemes mitbringen. Das ist natürlich keine Yogaklasse, sondern eine christliche Meditation. Denn immer in die Gemeinde wie eine Routine zu kommen, ist wirklich nicht gut. Viele machen das. Halleluja. Halleluja. Du musst Gott selbst erfahren. Und lass uns jetzt Zeit nehmen, zu meditieren. Setzt euch bequem hin. Und du denkst nach über eine Schriftstelle aus der Bibel. Okay. Okay. Du musst nachsinnen, nachdenken, meditieren über Schriftstellen aus der Bibel. Das heißt, Meditation auf der Grundlage der Heiligen Schrift. Und wenn du nachsinnst, nachdenkst über Gottes Wort, dann verbindet sich deine Seele direkt mit Gott. Du kannst nicht deine Augen schließen und meditieren, dass du entweder in Bali oder in Spanien bist oder am Atlantischen Ozean. Das ist nicht die Art von Meditation. Du musst meditieren, nachsinnen, nachdenken, über Gottes Wort. Lass uns das jetzt tun. Die Schriftstellen, wo wir heute drüber nachsinnen, drüber meditieren, steht im Philipperbrief, Kapitel 4, Vers 7. Da sagt die Bibel, wirf all deine Lasten auf den Herrn. Und eine andere Schriftstelle. Und eine andere Schriftstelle. Nimm dir Zeit, darüber nachzusinnen, zu meditieren. Und wenn du meditierst, manchmal, vielleicht nicht hier, aber manchmal zu Hause, da wirst du feststellen, wenn du versuchst zu meditieren, dass andere Gedanken dir durch den Kopf laufen. Mach dir darüber keine Sorgen, sondern meditiere einfach weiter über das, was Gottes Wort dir sagt. Es gibt verschiedene Stufen der Meditation. Es gibt verschiedene Stufen der Meditation. Aber wir gehen schrittweise weiter. Nimm dir Zeit. Wenn du heute hier bist und du Belastendes mit dir herumschleppst, da sagt dir die Bibel, sorge dich um nichts. Und ich kann spüren, dass einige von euch Kraft dadurch empfangen. dass du jetzt anfängst zu begreifen, dass in dieser Art von Nachsinnen Kraft steckt. Denn die Bibel wie ich, die Bibel ist, es gab es mir so. Es ist eine Sprache, weil es immer so, es ist eine Sprache, wenn es auf die Idee ist, dass es uns nicht so sehr zu, es ist eine Sprache, wenn es nicht so sehr zu, Und es ist ein Sprache, Und es geht um兩組. Ich habe einen Schöpfer, der mein Herz geformt hat. Schon vor Anbeginn der Zeiten war mein Leben in seiner Hand. Er kennt meinen Namen. Er kennt jeden meiner Gedanken. Der Herr ist so gut und seine Gnade hört niemals auf. Habt ihr Freude an dieser Zeit der Meditation gehabt? Wirklich? Hat Gott zu deinem Herzen gesprochen? Fühlst du dich jetzt anders? Kannst du jetzt anders sehen? Kannst du jetzt die Liebe Gottes erkennen? Halleluja! Ich habe euch gesagt, Christ zu sein ist etwas Lebendiges. Es ist keine Theorie. Jesus ist im Himmel. Die Engel, die sind im Himmel und die sind auch hier. Und der Heilige Geist ist hier an diesem Ort. Aber wir müssen die Verbindung herstellen. Lass uns jetzt die letzten Minuten damit verbringen, etwas über Meditation zu erfahren. Wenn du möchtest, kannst du mit mir in Sprüche gehen. Das heißt, wie er in seiner Seele berechnend denkt, so ist er. In meiner englischen Bibelübersetzung, wortwörtlich übersetzt, heißt das, so wie er in seinem Herzen denkt, so ist er. Wie er in seinem Herzen denkt, so ist er. Wie er in seinem Herzen denkt, so wie er in deinem Herzen denkt, so bist du auch. Wie er in seinem Herzen denkt, so ist er. Das bedeutet, die Art, wie du denkst, die ganze Zeit schon. Wenn du nicht das denkst, was Gottes Wort dir sagt. Wenn du nicht nachdenkst über Gottes Wort. Worüber denkst du denn danach? Denn das, was du denkst, das ist das, was du bist. Wenn du über Krankheit nachdenkst, du wirst krank. Wenn du Angst hast, wenn du immer ängstliche Gedanken hast, wenn du immer ängstlich bist. Wenn du immer über Angst nachdenkst, dann ist auch Angst immer da, du bist furchtsam. Wenn du immer über Tod nachdenkst, dann bist du dir immer deines Todes bewusst. So wie du denkst, das ist das, was du bist. Deswegen hätte Gott gerne, dass du über sein Wort nachdenkst. Denn Gottes Wort ist ein mächtiges und freudiges Botschaft, eine freudige und kraftvolle, eine mächtige Botschaft. Gott möchte dir ein anderes Bild zeigen. Ein Bild, das du dir anschauen kannst und glücklich wirst. Ein Bild, das dir Kraft gibt. Deswegen habe ich euch gesagt, es ist sehr wichtig, dass ihr in eure Gemeinde kommt. Denn das Schlachtfeld, wo der wirkliche Kampf tobt, ist in deinen Gedanken. Deine Gedanken sind das Schlachtfeld, wo du siegst oder wo du verlierst. Und die Bibel sagt, so wie ein Mensch denkt, so wie er denkt in seinem Herzen, so ist er. Halleluja. Wenn du jemanden siehst und er verhält sich komisch, ist wegen der Art, wie dieser Mensch denkt. Wenn jemand missbraucht wurde, dann ist das ständig in seinem Kopf. Er kann niemandem mehr vertrauen. Aber das ist die Arbeit des Teufels. Und das ist das, was die Leute nicht wissen. Ein Pastor, so wie ich, von mir möchten sie nicht so gerne, dass ich über den Teufel rede. Und ich weiß gar nicht warum. Und der Teufel freut sich darüber. Er kann sich verstecken und jeder glaubt, er existiert nicht. Denn wenn jemand denkt, dass der Teufel nicht existiert, dann kann man sich auch nicht gegen ihn wehren. Deswegen liebt er es sich zu verstecken. Aber er ist sehr aktiv. Halleluja. Egal was du denkst, dein Gedankenleben spielt eine große Rolle. Angst, Sorgen, Entmutigung, negative Gedanken. Diese Gedanken kommen vom Teufel. Sie kommen vom Teufel. Sie kommen vom Teufel. Jede Krankheit. Alle Krankheiten. Du kannst gerne einen Arzt einladen, hier in die Gemeinde zu kommen. Und mit mir darüber streiten und argumentieren. Diese Bibel, die ist die Wahrheit. Alle Krankheiten. 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 Gott ist sehr, sehr an deinem Denken interessiert. Denn wer deine Gedanken in den Griff bekommt, der hat dich im Griff. Wenn du jemandem immer Aufmerksamkeit schenkst, dann wirst du auch etwas annehmen von diesem Menschen. So werden wir dieser Mensch. Nimm das nicht einfach so, das, was ich mit euch teile, nimm es nicht einfach nur so dahin. Die Menschen sind so, wie sie sind, wegen der Art und Weise, wie sie denken. Du kannst so viel gutes Essen essen, du kannst Bio essen, ich will jetzt hier nicht damit sagen, wenn du gesundes Essen isst, ist das schlecht für dich. Aber wie du dein Leben wirklich kontrollierst, ist durch das, was dir durch den Kopf läuft. Denn das ist auch eine Form von Essen. Halleluja! Du sagst, stimmt das? Dass alle Krankheiten aus Gedanken kommen? Ja, denn du ziehst negative Energie zu dir. Wenn du immer über Angst nachdenkst, oder wenn du immer angstvolle Gedanken hast, Angst bringt bestimmte Emotionen mit sich. Wenn du über Angst nachdenkst, wenn du ängstliche Gedanken hast, löst es immer auch bestimmte Emotionen aus. Wenn du freudig bist, wenn du Freude hast, löst das eine andere Emotion aus. Also das, was du denkst, sendet bestimmte Signale für bestimmte Emotionen aus. Und deswegen sagt uns die Bibel, so wie ein Mensch denkt, so ist er. Wenn du angstvolle Gedanken hast, dann ist dein Körper schwer. Siehst du? Halleluja! Und aus diesem Grund ist das Nachsinnen sehr, sehr wichtig. Du musst meditieren. Denn wenn du nicht meditierst, wenn du nicht nachsinnst, was du fühlst in deinem Körper, die Krankheit kommt irgendwo aus deinem Kopf. Ja, das, was du fühlst in deinem Körper, kommt irgendwo aus deinem Kopf. Aus deinem Gehirn. Und da musst du dich mit beschäftigen. Nicht mit deinem Körper. Deine Seele kontrolliert dein Körper. Deine Seele kontrolliert dein Körper. Vergiss das nicht. Vergiss das nicht. Sehr, sehr wichtig. Und der Teufel versteckt sich, als wäre er gar nicht aktiv. Aber der Kampfplatz ist in deinen Gedanken. Warum denkt ihr, dass ich predige? Warum denkst du, dass ich predige? Damit das Wort Gottes in deinem Herz kommen kann, so wie Feuer. Und dieses Wort kann Zweifel zerstören. Und dieses Wort kann Angst in deinem Herzen zerstören. Halleluja. 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 So, ihr seht. Die Menschen, die haben, insbesondere die Christen, müssen jetzt anders sehen, dass es nicht die Essen ist das reale Problem. Die Menschen, die Christen, vor allen Dingen jetzt in der Zeit, in der wir jetzt leben, die sollen nicht denken, dass schlechtes Essen das Problem ist. Nein. Da, vielleicht ein bisschen. Natürlich ein bisschen. Aber das Hauptproblem, das Hauptproblem, wo wir mit Menschen kämpfen, sind ihre Gedanken. Denn da ist der Druck, die Angst, die Sorgen. Und das ist Energie. Und sie schaffen den Nährboden, oder die Grundlage für bestimmte Emotionen. Sie lösen Krankheit aus in deinem Körper. Wenn du immer Angst hast, dann hat das Auswirkungen auf dein Verdauungssystem. Du musst lernen, nachzusinnen über Gottes Wort. Und du musst dir von Gott andere Bilder zeigen lassen. Halleluja. Halleluja. Und Meditation ist auch eine Form von Gebet. Es gibt viele Arten von Gebet. Aber Meditation ist eine Form davon. Halleluja. Du musst darüber nachdenken, was du immer denkst. Nicht einfach alles denken. Halleluja. Halleluja. Deswegen, wenn es zu viel Probleme in deinem Kopf gibt, dann lauf irgendwo hinweg und setz dich mal alleine hin und denk. über Gottes Wort nach. Ich habe das schon so oft getan. Es gibt so besondere Zeiten. Da musst du dir Zeit, du musst dir solche Zeiten für dich selbst nehmen. Du musst weglaufen. Du musst irgendwo dich zurückziehen. und du musst dir schwerer loswerden. Es ist wichtiger als Medikamente. Es gibt Leute, die nehmen Beruhigungsmittel. Es ist besser, du nimmst diese Form von Medikamenten. Denn das wirkt sehr, sehr kraftvoll. Halleluja. Könnt ihr das hören? Das ist das, was Krankheit auslöst. Rückenschmerzen, jede Form von Schmerzen, großer Kopf. Da kommt das her. Da liegt das Problem. Halleluja. Dein Körper weiß nicht, wo du dich befindest. Mein Körper weiß nicht, du bist jetzt in Deutschland. Es ist mein Bewusstsein. Es ist meine Seele. Wer weiß, wo ich bin. Das ist eine Tatsache. Dein Körper ist einfach, Dein Körper ist einfach da. Er weiß das nicht. Aber in deinen Gedanken spielt sich alles ab. Da musst du auch darauf achten. Und viele Christen, die kommen zwar in die Kirche oder in die Gemeinde, die singen Halleluja. Und nach dem Halleluja kommt direkt der Teufel und schießt ganz viele Pfeile ab. Er schießt ganz viele Pfeile ab. Die springen und sagen, gepriesen seid ihr Herr. Pastor Alex, Halleluja. Und dann, von Montag bis Freitag sind sie erledigt. Du musst etwas lernen. Sei da noch alle hier? Du denkst so? Sei da sicher. Gepriesen seid ihr. Ich mache dann nächste Woche weiter. Die Meditation geht nächste Woche weiter. Denn wir müssen viel, viel meditieren. So sehr, dass du selbst feststellst, boah, ich verändere mich. Halleluja. 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 Ich selber meditiere sehr viel. Und wenn du das tust, wenn du meditierst, dann geschieht auch viel. Es gibt Menschen, die haben Albträume manchmal. Wenn sie schlafen, träumen sie viele Dinge. Zum Beispiel sind sie im Wasser. Sie gehen fast unter. Und sie wachen auf und sind voller Panik. It's because the thought wegen den Gedanken in unserer Seele kann der Teufel das einsetzen. Halleluja. Halleluja. Das ist sehr, sehr wichtig, was ich mit euch teile. Und du kannst dich ständig zum Arzt rennen und immer Medikamente schnucken. Das macht dich nämlich auch kaputt. Fang mal an, das zu üben. Denkst du, das ist leicht? Es ist das Beste. Und keine Nebenwirkung. Gegrüßen sei der Herr. Halleluja. Ich mach nächste Woche da weiter. Untertitelung. BR 2018